Gentil Glen. Na dann bauen wir mal Gentil Glen. 1200 Besucher, alles klar. So. Oh, da müssen wir erstmal schnell ausmachen. Schnell ausmachen. Wozu ist der Weg hier oben überhaupt gut? Das frage ich mich. Den mache ich jetzt weg. So. Den braucht kein Mensch. Gegenteil. Die wollen ja alle bloß sinnlos rum. Ne? Oh, das kleine Zäunchen. Die Mitte zu treffen ist ja gar nicht so einfach. Bäume weg. Okay. So. Ja. Zwecksübersichtlichkeit. Wie gesagt, Bäume sind ja schön und gut, aber so viele braucht kein Mensch. Oh. Was nehmen wir denn überhaupt ein? Gar nichts. Gar nichts ist natürlich sehr wenig. Zwanzig Minuten. Okay. So. Toilette. Toilette. Toilette, habe ich gehört. Und die Information muss natürlich auch. Wegweiser bleibt so. Nur Schirme werden teurer. Gut. Ja, wie gesagt, der Weg ist ja so witzlos. Ja, wie gesagt, der Weg ist ja so witzlos. Oh, der Weg ist ja so witzlos. Oh, da kannst du wenigstens nicht einen Berg runterfallen jetzt. Weißt, da ist sicherer für dich. Ähm, so. Dann komm mal. Bitteschön. So, den Weg lasse ich. So, den Weg lasse ich. Ich bin gerade am überlegen, ob ich beide, beide kleinen Achterbahnen da lasse oder oder eine Strecke davon weg abreiße. So, den Weg ist ja so. ich meine von der logik her sollte man ja lieber über die mit den wagen lassen laufen lassen ja 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 wir würden ja so wenig so wenig wie möglich planieren das ist ja schweine schweine teuer was haben wir denn hier schönes das könnte doch ist das hier rein siehst du das passt da rein habe ich wusste so so rum so rum so rum so ja jetzt können wir schon mal runter äh ja hm aha 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 ok Okay, tretbar, also. Halt, ich wollte doch zurück, zurück. So. Wo bin ich? Bin ich über dem Gleis von? Was ist das denn? Nee. Da kommen die schon an die Wacke, guck. Wo kommen die denn her? Wie kommen die denn da drauf auf den Weg? Von wo aus? Wahnsinn, oder? Nein, 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 nein. Halt. So. Da freut mich aber, wie sind sie denn da hingekommen? Ich habe doch zwischendurch nicht einmal den Weg, den Boden berührt, oder? Oder bin ich im falschen Film? Keine Ahnung. So. Autofahren. 20 Minuten. 20 Minuten. Für Wartung. So. Machen wir 1,20. So. Okay. Ja, hier unten ist ja tote Hose, wa? Das ist ja... Aber hier oben kann ich, hier oben kann ich auch nichts weiter bauen. Ne, so richtig nicht. Wasserrutsche. Wasserrutsche. Wasserrutsche ist gut. Wasserrutsche, wohin? Wohin mit der Wasserrutsche? Wasserrutsche. Muss ich gucken. Muss ich... Muss ich mal gucken. So. Die ist nämlich... Die ist ja gar nicht so... Obwohl doch, ne? Die ist schon ein bisschen... Ja, das war mir klar. Das war mir fast klar. Ach... Die ist ziemlich lang. Wasserrutsche ist lang, aber die zieht... Publikum. So. So, geh doch mal weg, du blödes Fenster. Und da kann ich auch nicht hin, oder was? Das kann ja nicht gebaut werden. Ja, dann müssen wir natürlich... Schick... 2740... ... Ich meine, ihr macht natürlich richtig Geld, wah? ja wenn ich die weg mache die behindern mich ja eigentlich nicht gar nicht gar nicht so so dolle immer was anderes einfallen lassen wasserrutsche wasserrutsche ist cool ach wieso denn wieder nicht mensch würde wieder wir planieren war und alles und scheiß habe ich überhaupt keinen bock drauf es kann hier nicht gebaut werden ach so warte mal halt 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 ich habe ja noch ganz vergessen forschung forschung aktivieren maximum wasserrutsche ok das ist natürlich ist es ist natürlich interessant ich meine sie fahren ja im park nicht umsonst und ich habe noch außerdem billigen achter autofahren da noch nichts gebaut aber wenn sie meinen werde ich mich werde ich natürlich nicht widersprechen das ist ja die ist so lang das muss ich denn machen wie 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 soll ich denn hier das wird teuer das wird teuer aber was soll ich machen so kann ich dich jetzt bauen bist du jetzt so bist du jetzt bereit zum naja das ist das das ist das kleinere übel noch im moment so hier okay 2400 jetzt muss ich ich muss mal irgendwas irgendwas extravagantes ausprobieren ob das funktioniert weil ich will ja nicht nicht unnötig so let's nix muss ja aha aha so habe ich ob noch geld nicht mehr die masse war aha aha so 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 so